Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Passend zur Sommersaison wollen wir euch heute eine akkubetriebene Heckenschere des Herstellers Makita vorstellen und sie einem Praxistest unterziehen. Welche Features die Heckenschere besitzt und wie sie im Einsatz ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Neben dem Modell von Makita haben wir auch Akku-Heckenscheren der Marke Einhell und Bosch getestet. Zudem könnt ihr auf unserem Kanal auch Videos zu akkubetriebenen Teleskop-Heckenscheren finden. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die akkubetriebene Heckenschere der Marke Makita kann man in verschiedenen Variationen kaufen, beispielsweise mit oder ohne Akku und Ladegerät. Besitzt ihr bereits diverse Geräte von Makita inklusive Akku, macht es Sinn, lediglich die Heckenschere zu kaufen. Der Preis liegt bei ca. 90 Euro. Die Heckenschere haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zunächst einmal zu den technischen Daten. Die DUH-52-3Z der Marke Makita wiegt etwa 3 kg und wird mit einem 18 Volt und 5 Amperestunden Lithium-Ionen-Akku betrieben, der für weitere zahlreiche Produkte von Makita einsetzbar ist. Die Schwertlänge beträgt 52 cm. Die Makita Akku-Heckenschere schafft 1350 Schnitte pro Minute und soll laut Hersteller Äste von bis zu 15 mm Durchmesser durchtrennen können. Mit 89 Dezibel ist die Heckenschere von Makita recht geräuscharm. Wir haben die Akku-Heckenschere ohne Akku und Ladegerät gekauft. Im Lieferumfang enthalten ist ein Schwertschutz aus Hartplastik, der recht stabil ist. Die Akku-Heckenschere von Makita ist mit einer Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung ausgestattet. Der Führungsgriff verfügt über eine durchgehende Schalttaste, wodurch man die Heckenschere in verschiedenen Positionen führen kann. Was uns auffällt, dass das Schwert vorne keinen Stoßschutz hat, der das Schneidwerk vor allem bei Arbeiten in Bodennähe schützen soll. Die Akku-Heckenschere von Makita macht einen guten Eindruck beim Schneiden. Sie lässt sich einfach führen und liegt recht leicht in der Hand. Zudem ist sie sehr vibrationsarm, was das Arbeiten mit der Heckenschere sehr angenehm macht. Der Führungsgriff ist zudem sehr angenehm zu betätigen. Der hintere Handgriff ist gummiert und liegt somit sicher in der Hand. Kommen wir nun zu unserem persönlichen Fazit. Die Akku-Heckenschere von Makita hat uns im Handling sehr gut gefallen. Sie liegt sicher in der Hand und lässt sich leicht anschalten und der Akku ist recht leistungsstark. Für kleine bis mittlere Hecken würden wir die Heckenschere auf jeden Fall empfehlen, da das Schwert auch gut schneidet und auch kräftigere Triebe durchschneiden kann. Ein kleiner Minuspunkt könnte an die Länge des Schwertes sowie den fehlenden Stoßschutz vergeben werden. Wer viel Hecke schneidet im Jahr, kann mit einem längeren Schwert auch mehr Fläche schaffen. Allerdings ist hier auch positiv hervorzuheben, dass das Schwert in der Akku-Heckenschere ganz einfach auswechselbar ist. Makita bietet Modelle auch mit längeren Schwerten an. Wir haben euch entsprechende Produkte einmal in die Videobeschreibung gepackt. Wer einen längeren Einsatz der Akku-Heckenschere plant, dem kann man dazu raten, sich einen zweiten Akku zum Wechseln anzuschaffen. Vielleicht besitzt du ja sogar bereits mehrere Akkus des Herstellers Makitas. Generell würden wir die Akku-Heckenschere für diejenigen unter euch empfehlen, die bereits Akkus oder Geräte des Herstellers Makita besitzen. Die Akkus sind unter vielen Geräten des Herstellers austauschbar. Möchtest du dich über weitere Heckenscheren informieren, schau dir gerne unsere weiteren Testvideos an. Wir haben sie für euch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Heckenschnitt an. Die Links dazu und zu den jeweiligen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du ja ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gern auf unserem Magazin unter www.gartenzeile.de vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zum nächsten Mal.